zack zack wow 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 was tu hier schön war das überall verrat hätten wir schon noch ihr verrat büßen lassen diese ekelhaften bei dir naja ob er kollegens nein 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 ich hasse es wirklich special und was muss ich mit diesem schwert machen das habe ich noch nicht ist da irgendwie keine animation was mache ich bei diesem schwert ich blicke es nicht wirklich kann ich aber auch nichts drücken ich sollte mir nochmal die charakterbeschreibung von fei durchlesen komm herr kollege das ist keine chance gegen mich komm her okay ich habe es gemacht hey blade action du hast spaß ich habe es schon ja schon tatsächlich gerade durch die gegner ich habe es schon und tschüss Was hab ich? Luftangriffe. Manche Angriffe schleudern dich doch in der Luft. In der Luft, genau. In die Luft. Ich schleudere mich in die Luft. In die Luft. Kann man aus der Luft Angriffe machen. Hä? Es gibt doch keinen Spring hier. Ja und? Also brauchst du ihn um in die Luft zu kommen und einen Luftangriff zu starten. Irgendwas, was sich nach oben macht. Ja und weiter. Ich würde dich fragen, ob deine Faye auch so was hat. Ja bestimmt. Also zum Beispiel mein Einzelkatapultiert mich in die Luft. Kann ich von dort aus nochmal angreifen. Was ich sehr cool finde. Bam. Nein, ich will nicht nach oben. Ich will da rüber. Warte, ich geh jetzt mal zu diesen Verrätern nach oben. Kommt her, Leute. Hau ab, Boomerang. Hi, Verräder, ne? Das geht bei euch. Und tschüss. Kommt her. Ekelhaft, mach dich. Sowas um Platz. Keine Chance gegen dich. So, hey, Blade Action. Yeah. Oh, hallo, Kiste. Juhu. Juhu. Hallo, Waffe. Sehr schön. Juhu. Feier den Verräter besiegt. Hm. Ah, und den hab ich schon gesucht. Gutfestiviskommandanten, da ist er. Komm her. Ja. Haaa. Irgendwie sind in der Mission nicht allzu viel los, sagte er. Und von 20 Gegnern. Hi. Das sind echt, erstaunlich wenig Gegnern. Hast du aber recht. Kommt die auch so gut. Ich dachte, das liegt an mir. Ist das hier ein Verräter eigentlich, oder warum blinkt's hier? Warum blinkt's hier? Weil es liegt random ne Waffe um? Okay. Warum blinkt's hier unten? Du sollst da irgendwie Verräter suchen, irgend sowas. Ja, hier sind doch keine. Dann lauf mal die drei Stützpunkte ab. Ah, Verräter, hi. Verrackt. Wusch, ich glaub das ist mein Vierer, oder was ich hier nehm zählen mache? Hm? Das ist mein Vierer, was ich hier mache. Ich weiß nicht so recht. Ihre Schläge sind irgendwie nicht abzählbar. So wirklich. Hm. Aha. Verräter, ich hab nicht gefunden. Aber ihr schafft's ernsthaft nicht, eine Verräter zu erledigen, warum? Warum? Ist das? Warum? Mann. Das ist der Rätelsführer. Oh tschüss. hat die voll das gab mann und materialien und zeug ist klar ich gehe dann auch mal wieder die mitte ist schon voll in der mitte sehe ich das bescheid sagt die unten jetzt eigentlich nicht mal ruhe das ist jetzt schon wieder los blickt sie überall hast du jetzt vor dass ich meine kommentare stehen das das was tut mir da was tut mir da auch gleich so ein gegner Na gut. Oh. Was bist du denn? Oh, hi. Du musst genau vor mir spawnen. Wie genau? Herr Zell, der Experte, sag ich mir. Ich hab kein Skyward Sword gespielt. Keine Ahnung. Na, super. Ich komm einfach mal zu dir. Oh, hi. Vor Posten. Ich erledige natürlich noch. Spiekowski, du Assi. Komm her. Liesin! Greif die Zehen des Verbrannten an. Oder Verbanden? Verbrannt? Kurz gelesen. Skulptur 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 Skulptur. Moment, ich kehre um. Sofort kehre ich um. Mit Verbanden, nicht mit Verbrannten. Wie beim Material. Das ist Material verschwunden. So, ich höre mal wieder. Ein Auge nach der Skulptur. Mit ein Auge höre ich. Dein Ohr. Ah, da ist ich schon. Ach, da wo ich ganz am Anfang die Dinge weggebracht habe. Ja, war schon klar, dass sie dahinter ist. Yay. Ei, rennen! Oder flieg, besser gesagt. Oh. Was tust du denn? Aha. Aha. Okay. Um den Verbanden aufzuhalten, musst du das mächtige Katapult einsetzen. Sobald du eine Festung eroberst, kannst du dich mit dem mächtigen Katapult nennen. Kannst du dich dem mächtigen Katapult nennen und bedrücken, um es einzusetzen. Okay. Na, es geht nach einem Plan. Achso, du rennst schon hin. Okay. Ja, ja. Hatte ich vor. Ich flieg mal hin. So, wo ist er, der Kollege? Und wo ist dieses Katapult vor allem? Hier nicht? Ach, hier. Ah. So, B soll ich drücken, ja? Ich soll doch A... Steht doch A. Ich bin zu von mir. Drück das, was da steht. Jo. Das war's jetzt. Wow, das war episch. Das war echt episch. Wow. Na, dann, Vieh. Komm mal her, du Mistik. Wo sind das Vieh? Genau, Aufweich, Schädel geflogen. Wenn du es genau willst, dann nützt. Ja, natürlich. Jetzt fang uns retten nochmal. Meine Güte. Ich probiere dich auch mal dazu, dich anzugreifen. Nö, ne? Hi. Maggi. Hm, jetzt switche ich wieder rum. Huh, der macht irgendeinen starken Angriff. Okay. Man hat jetzt auch fast gesehen, was ich bei ihr im Special mache. Huh, 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 huh. Wum, wum, wum. Yeah. Ach, der steht immer noch. Ah, nerv mich nicht. Wie kann man dem mehr Schaden machen? Echt ne grüne Frage. Ach, der ist ein Schockwälderangriff. Was wollt ihr überhaupt von mir? Verschwindet. Hm. Bombe bringt nix. Pfeil? Bringt auch nix. Baraang. Dauphinx? Ja, mein Schadengriff. Lendart. Ow. Ich habe keine Ahnung, wenn ich nicht mehr sehen. Ow. Nein, 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 ah jetzt hab ich mein Special versaut Damit hätte ich ihn wieder Wie macht man diesen Ich bin fast down, das ist schön Er ist irgendwie hingefallen, okay Norm Nicht irgendwas dort überhaupt, wir müssen die Ziel angreifen Ja, wenn du irgendwas stark drauf hast, dann kriegst du sie weg Aber du musst das irgendwie so anstellen, ohne 50.000 Schaden zu füssen Ah, mein Special ist voll So, Mistvie Oh, shit So, hab ihn Aufs Maul mit dir Oh yeah In's face Au Ich glaube, weh, Mann Irgendwo Herzen zufällig So Ja, da unten Ah, yes, mein Special ist wieder voll Erzähl Wär schon Wird ich jetzt ständig gepiepst Wegs auf Steht er eigentlich wieder? Ja, steht er Was zieht denn da euch alles rum? Mauerabfanger, was macht der denn? Bam So, hab ihn wieder Okay, dann auch mal drauf Au Dieser Gegner ist random Oder kommt mir das nur so vor? Nö, das kommt mir nur so vor Ich brauch mein paar Herzen Ja, ja Ja